Das gehörende Sohn ist. Das werden andere Wehtreiber. Das wollen wir jetzt kaufen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja. Vorsicht. Schon zurück? Ja. Und das dritte haben wir nicht. So. Das machen wir zweimal. Oder? Ja. Und das haben wir einmal. Das heißt aber abschließen, oder? Ja. Alles gut. Das stimmt. Das machen wir mal. Ich weiß nicht, was wir hinkriegt haben. Da. Was kostet, ist 80 Cent, oder? Mhm. Geteilsanzeigen. Guck mal, einmal haben wir das und einmal haben das. Ja. Jetzt kaufen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.